Und noch ein Video von Rhythmus Plus. Ja, ich weiss schon, ihr habt mich bei anderen absolut nicht gehört. Das ist Grund dafür, weil ich habe immer das Screen Recording benutzt. Aber es hatte kein Mikro am Fang gehabt. So, es hat mich wirklich recordet. Und diesmal bin ich so eine App dafür. Das heißt, record it. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auf der Alpe machen. Oder selber einen Kanal machen. Wir gehen bei über den Stück. Wir werden zeigen, wie man einen Song macht. Na, wie da seht ihr meinen Song, das ich gemacht habe. Weil es... Ja, wie gut ist. Und... Um das zu machen, müsst ihr euch da oben. Seht ihr bei... 348 Battle 2 2.0. Da hatte ich... Muss man sich einfach einladen, bevor man... So irgendwas machen kann. Nichts machen, glaub ich. Das ist was ich denke. Hab nicht was probiert, aber okay. Ihr geht wieder... Create new... Na kurz... Nein, mach mir einfach... Create... Create new Song. So... Und um das zu machen, müsst ihr bei YouTube gehen. Und... Irgendwas tippen, was ihr wollt. Mal kurz, ich muss noch einen Song denken. Mal kurz, ich muss noch einen Song machen. Mal kurz, ich muss noch einen Song machen. Gehen wir einfach so weit. Na, Song. Ah, jetzt hab ich einen Song. Wer sind wir? Eins von meinen Song. Eins von meinen Song. Eins von bringen wir uns zu uns einfach nehmen. Und die Wäuste... Ah, jetzt weiß ich wie es heißt. Für die ist nicht wissen... Das ist wie von... Diesen Song ist von Sub Orban. Ich glaube, das ist ein guter Song. Nehmen wir das da, weil ihr schon diesen Video gebt da oben. Wenn ihr bei Rhythmus losgeht. Und Gewinner in der Kategorie... Ah, ist geil wie top über das. Ihr geht da oben jetzt. Und nehmt nur diese eine Stelle bevor das V ist leicht. Da nehmt ihr alles von da, kopiert es. Die beste Kreditfinanzierung ist... Geht da. Geht bei Neu Studio. Great. Das wird ihr Spiel bauen. Ihr geht bei Songtitel. Da schreibst du irgendwas, was du willst eigentlich. Aber ich bin... Ich weiß schon... Ich schreib immer das dann. Und der, was gemacht hat, das Song. Und dann könnt ihr das. Und das kommt das Wichtigste. Bevor... Ob... Wenn ihr überhaupt einen Song machen wollt. Ihr müsst... Ups... Ihr müsst... Das da reinmachen alles. Und dann steht da, dass du das Song machen kannst. Aber wenn man es weg macht... Steht, du kannst es nicht machen. So lassen wir es so. Okay. Machen wir einen normalen. Okay. Great. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie man es macht. Und dann werden wir nach... Das ist das von der, wo es gemacht hat, gespielt... Das heißt, sowas passiert. Das ist immer manchmal. Kurz... Ja, da müsste jemand... Irgendwas probieren zu drücken. Und dann... Wenn sowas nicht funktioniert, dann... Einfach... Drück einfach... Neu... Irgendwie föschen. Und dann soll es funktionieren. Ihr slacks are on fire, I'm fanning the flames. Like a vampire stood out in Broadway. Should've known why, so we're picking out what you were gonna say. Oh! Follow me once, that's one too many. Better luck, next time you've met me. Where's the dance who caught you meddling? Turn around! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! You made a mistake! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Tell me things that can't be true. You're sweating this time, I'm reading your eyes. You're being called out, cause you slipped your mouth. Your face has turned pale, gone faint in the world. While you were distracted, I kissed a spell. Uh oh! Uh oh! You better run away now. Uh oh! You've made a mistake now. Uh oh! Got nothing else to say to you. Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! You made a mistake! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! wie auch mir war wie ganz da ich glaube ich hab da ein fehler gemacht seht ihr da bei seite des kunden unter dem video da steht dann wo ihr da gehen und wo das fehler ist ok und ihr könnt euch mal extra noten rein tun wenn ihr wollt wie da erkenne ich wie das rein und das das aber das ist so einfach oder ist hoch runter aber das rest weiß ich nicht wie man das aber das wichtigste bevor du es publish musst du es safe wie es immer sagen wird und wenn du es nicht sicher bist und desto schwer für dich kannst du da gehen um zu testen okay dann willst du sagen damit ist es möglich so es wird immer ein privat stehen immer wenn es nicht dann steht für die andere schau ob du alles in public eingetan hast und dann habe ich stuß gehst du bei song select wenn du siehst bei future zielter um aus von sub-urban map bei dark world 220 und so macht ihr ein song das spielen zuerst die wo ich zuerst mal gespielt habe was ich gesagt hatte wir sind immer wieder wo es das ist und die wo es ist das eigentlich da ist das oh da hat es mir gedacht ich glaube ich nehm nicht die sind die zuerst ok dann das ist Lass uns jetzt mal das Spiel sein. 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 gestern Your slags are on fire, I'm fanning the flames Like a vampire stood out in broad day Should've known why, so I'm thinking out what you're gonna say Oh, for me once, that's one too many Better luck next time you've met me Where's it done to cut your meddling? Turn around Uh-oh Uh-oh, uh-oh Uh-oh You made a mistake Uh-oh Uh-oh Tell me things that can't be true You're sweating this time, I'm reading your eyes You're being called out, cause you slipped your mouth Your face has turned pale, gone faint, you're not well While you were distracted, I kissed a spell Uh-oh, you better run away, no Uh-oh, you've made a mistake, no Uh-oh, got nothing else to say to you Uh-oh 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 You made a mistake Uh-oh 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 Fuck is this word in dimension Tragically I'm not the victim, yeah If only I fell for your affection Tell me things that can't be true Und das war meine Kreative Channel hat mir zwar verfehlt, aber das war okay Ah, noch dabei zu sagen Wenn ihr es wieder besser machen wollt, dann nehmt nur acht, weil es hat schon bei mir passiert Ich hatte wie das, probiert zu verändern, es zu löschen, welche Sachen, weil manchmal passiert, wenn das zwei Noten zusammen sind Und man kann es kaum sehen, man wird zu hart sein Wie das denn, ich hatte wie 2500 Noten gehabt, aber ich habe gedacht, ach, ich glaube, das sind welche, die falschen, da habe ich es geändert, blablabla Aber dann hat es nicht einfach, wohl hat es nicht funktioniert, weil dann war mitten einfach ein Song einfach aufgehört Noten zu spielen So, das war's für heute für das, um zu sagen Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass es euch geholfen hat, um euer eigenes anzumachen zu haben Ich hoffe, dass es okay ist alles dann Und dann, viel Spaß und mit mir ist bloß, ich bin eigentlich heute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.